Wo sind denn die Ostereier? Wir müssen Ostereier suchen. Ah, hier. Ich glaube, ich habe jetzt gespektatet. Ich muss mal ganz hinschleichen, dass wir den Haars nicht aufwecken. Da sind Eier. Die kann man sogar zerstören. Man kann das Muster zerstören. Machen wir, was es geht. Spaß, Jungs. Auf jeden Fall. Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video von uns. In diesem Video zeigen wir euch heute, wie ihr besser entfordert werdet. Sprich, wir zeigen euch Edit Maps, wir zeigen euch A-Maps, wir zeigen euch alles. Und ich will nicht sagen, dass ich zu 100% besser werde, aber wenn ihr das jeden Tag macht, so 10 Minuten Ding, 10 Minuten Training, jeden Tag werdet ihr auf jeden Fall 1% mindestens besser. Das bedeutet, wenn ihr das einen Monat an jeden Tag macht, zahlt ihr 30% besser und das ist schon krass. Also schaut auf jeden Fall das Ende bis zum Video, genau. Das Video bis zum Ende und ich würde sagen, wir sehen uns bei der ersten Map. So Jungs, Nummer 1 ist ein Edit Parkour. Hier seht ihr die Schließleiststufen. Und dann gehen wir mit die Pump. Beginner Course. Lass mal Beginner Course machen. Okay, let's go. Gold, Silver, Bronze. Okay. Okay. Dann kann er die durch. Ja, da hab ich... Ah, okay, okay, da hab ich ein bisschen verkackt. Aber kann man machen. Okay, das haben wir schon mal. Ey. Nein. Ey, Jungs. Ein Controller ist einfach leer, Mann. Okay. Okay, ich bin wieder hier. Jungs, bitte nicht haten. Ich bin seit 4 Tagen aufs Gart. Und das mit... In 4 Tagen ist es noch ein bisschen schwer. Ja, perfekt. So. Dann gehen wir hier so hin. Bam. Bam, bam, bam. Bam. Bam, 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 bam. Okay, 3 Minuten 50. Ich hab Silber erreicht. LOL. So, Use Code... Use Code CamDoc. Gönnt immer einfach, Digga. 2 Easy Course. Aber für was ist das? Ich lass mal kurz auf den Impossible Course gehen. LOL, okay. Ja, okay, ja, okay. Ja, okay, ja, okay. Okay, import, import. Ich, ja, ich kann auch nicht so gut aiden, wie gesagt. Ich bin seit... Paar Tagen aufs Gart. Ich muss mich ein bisschen ungewöhnen. An sich der Bakun ist schwierig. Das hat einfach nur fett zu verbieten meiner Meinung, Digga. Ja, what the fuck. Muss ich hier rauf neun oder was? ja ja okay was wir hier machen das ist ganz simpel junge 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 bruder steuerstellt ein sicher um mich fack das so ab ein viel besser jedenfalls das geht egal mit 4 tages gafferfahrung ist das auf jeden fall unmöglich aber wie gesagt dann schritt er hier durch also wie gesagt ich tue mich halt noch mit der steuerung schwer aber sollte eigentlich nach vier tagen auch einer woche alles gut sein wenn man sich hat nicht mit der steuerung so schwer wie ich weil er erst nur angefangen hat würde ich euch zuerst einen kurs empfehlen aber ich würde sagen habe genug gesehen ich würde sagen wir starten jetzt direkt in die nächste map die nächste ist ein ist ein training man sieht hier ist bms gaming fortnights 5 6 sondern wir gehen mal nach 1 oder wo ist eins hier ist eins okay das ist ein schild okay aber ich sage das erst mal in den 1 einfach gehen ich würde sagen mit skala trainieren überlebt mit einer im spray mp ich habe mich auf jeden fall nicht so da aber ich sterbe auch nicht so nummer eins diese map ist auf jeden fall echt extrem gut kann man irgendwie hoch nein ich bin da ich bin da hoch Ja, ist in Ordnung, Pro-Gamer. Ja, kommen wir da gar nicht hoch, oder was? Nee, das ist auch unmöglich. Ich kann auf jeden Fall gut aim trainieren. Dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt in zwei rüber. Nee, leben, habe ich noch eins verloren. Aber hier lasse ich auch mit Skar trainieren und mit Sniper. Okay, was würde ich jetzt tun? Achso. Dann würde ich das noch abschießen. So. Dann würde ich sagen, let's begin. Kann man auf jeden Fall sein Ding trainieren. Sein Ding trainieren. Seine Hüften, ey. Das habe ich schon mal fertig. Das macht richtig Spaß, auf jeden Fall. Junge, verreck. Eins ist tot. Noch eins ist tot. Wo ist das nächste? Hallo. Moin, ich bin gerade am aufnehmen. Moin, moin. Ich bin jetzt auch wieder am Start. Wie man sieht gar nichts mehr auf einmal oder nachts. Wie bitte? Ich rede jetzt mit, äh, ich nehme da auf, oder? Ja, weiß ich ja. Hä? Fuck, lol. Okay, ja? Du, kapisch schon, ne? Jo. So, Jungs, das war's auf jeden Fall mit dem kurzen, oder, aber feinen Video. Im heutigen Video ist darum gegangen, wie man besser entfordert wird, mit schnellen Tricks. Wie gesagt, ihr könnt von einem Tag auf den anderen nicht besser werden. Ihr müsst natürlich jeden Tag ein paar Mal machen. Aber ich würde schon sagen, dass ihr jeden Tag zu einem Prozent besser werdet. Das heißt, wenn ihr das ca. einen Monat jeden Tag macht, seid ihr dann 30 Prozent besser. Und das ist schon brutal, eigentlich. Das finde ich schon brutal. Schon brutal, ne? Ach, schon brutal. Junge, was machst du überhaupt hier, Digga? Was? Was machst du überhaupt hier? Was ich da mach? Ja. Ich glaube, ich hab's noch getroffen. Ja, okay, alle, äh, alle, was ich noch sagen wollte, alle Codes, findet ihr in der Videobeschreibung von den Maps. Ich würde sagen, dann schnack ich nicht lange, äh, wir würden uns selber, falls ihr neu auf den Kanal seht, wir uns sehr über ein Abo und ein Likes freuen. Äh, und, bei, ich würde sagen, bei 10 Likes machen wir ein neues, äh, Tutorial-Video. Wie ihr besser werdet im Vorteil. Nummer 2. Und ich würde sagen, in diesem Video würde ich sagen, hau da rein. Schliess. Schliess. Du bist der Weil.